Grüß Gott, mein Name ist Paterot Hermann Wien, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Siedes-Vakantist und wir haben heute den 2. Februar 2013. Die katholische Kirche feiert heute das Fest Maria Lichtmess und zur Feier des Tages habe ich heute, nach nun über vier Monaten, nun endlich das Urteil zu der Hauptverhandlung gegen mich vom 27.09.2012 erhalten und zwar über einen Strafprozess gegen angeblich immer Amtsanmaßung. Die Entscheidung ist rechtskräftig, seit dem 5.10.2012 nach dem Tonträger vom 6.10.2012, das hat also nichts mit dem zu tun, was der Richter Wolfhard Timm da in sein Diktiergerät gefaselt hat, am 29.07.2012 und der Text vom Urteil ist vom 15.10.2012. Der ganze Unfug ist nicht nur Unfug, was schlimm genug wäre, sondern vor allem auch strafbar wegen bewusster Falschaussagen, Verleumdungen, Volksverletzung gegen die katholische Kirche. Ich habe dazu mal eine Pressemeldung geschrieben, die ich jetzt vorlesen möchte. Strafverfahren gegen katholischen Priester eingestellt. Pressemeldung zur Urteilsbegründung von Amtsgericht Dorsten. Die Gruppe, die sich zum sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzil V2 1962-65 bekennt, ist nicht die katholische Kirche. Die V2-Gruppe, inklusive Piusbruderschaft von Marcel Lefevre, mit Ökumene, Karnevalsmessen, interreligiösen Gebetstreffen etc. besitzt nicht die Wesensmerkmale der wahren Kirche Christi, das ist einig, heilig, katholisch und apostolisch. Dieser sogenannte Seedis-Vacantismus, Seedis-Vacantism, ist die Position des römisch-katholischen Priesters Pater Rolf Hermann Lingen, Verfasser. Fairerweise erklärte der Verfasser immer wieder seine unangeschränkte, sofortige Bereitschaft, sich der V2-Gruppe rückhaltlos zu unterwerfen, sobald Argumente gegen seine Position vorliegen. Für dieses permanente Angebot wurde er mehrfach zivil und strafrechtlich verfolgt, in Bankrott gepfändet und zu Gefängnis verurteilt. Das neueste Strafverfahren wegen Amtsanmaßung, Missbrauch von Titeln wurde jedoch eingestellt. Begründung? Beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche Bestimmungen. Man beachtet das genau. Die BRD führt eigentlich einen Krieg gegen das Naturrecht. Gemäß der BRD ist es lediglich eine bloße Auffassung, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche Bestimmungen. Im Klartext, die gesamte Grundlage jeglicher menschlichen Ordnung, das alles, was dem göttlichen Recht widerspricht, eben kein Recht sein kann, wird von der BRD ganz gezielt und ganz brutal bekämpft. Die BRD stellt damit unter anderem auch die Anerkennung des Dogmas unter Strafe, dass die Kirche nicht dem Staat unterworfen ist. Die BRD betreibt menschenrechtswidrige Christenverfolgung in eminenter Form. Die unzähligen Klagen gegen den sogenannten Saustalljustiz. Die unzähligen Proteste in aktuell prominenten Fällen wie Gustl Mollat etc. pp. Das alles zeigt symptomatisch, wohin diese staatlich befohlene Gottlosigkeit geführt hat. Da die Schuldfähigkeit den Dreh- und Angelpunkt bildet, hier zur Erläuterung. Der Verfasser hat an einer V2-Klosterschule das Abitur mit 1,6 und, als jedes Vagantist, ein Diplom katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut gemacht. Bereits in einem früheren psychiatrischen Gutachten von 2005 wurde eine Geistesstörung und somit Schuldminderung ausdrücklich ausgeschlossen. Und bei der ersten Hauptverhandlung zu diesem Prozess 2011 erklärte ein psychiatrischer Gutachter öffentlich ausdrücklich, dass der Verfasser a. in sich völlig logisch argumentiert, b. offensichtlich klug und c. voll schuldfähig ist. Ähnlich wie in des Kaisers neue Kleider ist hier jeder klar und konsequent denkende Mensch schuldunfähig. Man handelt nicht schuldhaft, sondern einzig richtig, wenn man bestreitet, dass der Kaiser bekleidet bzw. dass die V2-Gruppe die katholische Kirche ist. Die BRD hingegen begründet ihr Handeln ausschließlich mit schwersten Verleumdungen sowie gröblichsten Vernunftbeleidigungen bis hin zu expliziten Irrlehren. Wohlgemerkt, die V2-Gruppe wurde im Prozess vertreten durch den V2-Kirchenrechtler Thomas Schüller. Schüller sah vollkommen wortlos und tatenlos, d.h. absolut hilflos, zu, wie zahlreiche seiner Falschaussagen sowie mehrere V2-Irlehren öffentlich verurteilt wurden. Abschließend. Diese rettungslose öffentliche Bankrotterklärung seitens BRD und V2-Gruppe, besiegelt mit einer aus schlimmsten Lügen zusammengekleisterten und bereits schon deshalb strafbaren Urteilsschrift, ist ein triumphaler Sieg für die katholische Kirche. Die entscheidende Schlacht ist damit endgültig gewonnen.